meine damen und herren ich grüße euch alle ganz herzlich ich heiße daniel und heute möchte ich hier trennsimulator 2 spielen viel spaß bei zuschauen ich werde gleich hier in zwei verschiedenen sprachen sprechen deutsch rumänisch weil ich eine deutsche und auch eine rumäne bin servus was salut mein nummer ist daniel ich habe hier eine kleine information eine schwarze bild mit einem weißen text und es steht auf der linke seite die uhrzeit 16 uhr 39 minuten s3 mamendorf fahren sie diese s3 richtung westen bis mamendorf dbbr 423 und steht mehrere informationen da und dann münchen hacker blöcke bis mamendorf wir werden auch gleich starten starten und ich möchte jetzt auch in rumänische sprache übersetzen după cum v-ați dat seama este vorba despre informație informație care este tocmai afișată pe ecran pe partea stângă avem ora care 16.39 de minute scrie despre s3 mamendorf mergeți cu acest s3 in direcția vest până la mamendorf dbbr 423 münchen hacker blöcke până la mamendorf vă dorim tuturor călătorie plăcută virtuală măcar wir werden jetzt starten ok Warten Sie bis 16 Uhr 14.30 Sekunde. Warten Sie bis 16 Uhr 14.30 Sekunden. Sehr fahre Gäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mücken, Dornes-Berzbrücke-Bahnstatt 1, 16 Uhr 41 Minuten. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Dornes-Berzbrücke-Bahnstatt 2.30 Sekunden. Dornes-Berzbrücke-Bahnstatt 2.30 Sekunden. Dornes-Bahnstatt 2.30 Sekunden. Dornes-Bahnstatt 2.30 Sekunden. Das war's für heute. Meine Damen und Herren, im Namen der Deutschen Bahn begrüssen wir Sie herzlich in S4. In wenigen Minuten werden wir mögen Kirschgartenbahnsteig 1,1644 erreichen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. 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 Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Mückenleinbahnsteig 1,1645 Minuten. Sie erreichen dort alle vorgesehenen Anschlusszöge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Wir wünschen Ihnen einen angenehme Fahrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehme Fahrt. Wir wünsen Sie ihnen einen angenehme Fahrt. Und darauf her wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Linie 2 auf 16.52 Uhr. Ihr könnt ihr alle die Trenur in der Näheil. Ihr habt mehr Trenur in der Näheil. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.